Heute fahre ich mal wieder zur Baustelle Wasserburg und Überlaufbecken. Hier ist die Straße soweit fertig, da fehlt nur noch die letzte Teerschicht. Hier werden noch Straßenbauarbeiten vorgenommen und danach wird die Straße vorbereitet für die Teararbeiten. Bis zum Spätsommer sollten wohl diese Arbeiten alle erledigt sein. Bei den Arbeiten zum Überlaufbecken bin ich mir nicht ganz sicher, ob die schon komplett fertig sind. Ich gehe jetzt nochmal auf die Baustelle und sehe, dass da noch einiges an Material liegt, was noch verarbeitet werden muss. Die Kontrollschächte sind ja alle fertig, zumindestens bis hierhin. Die Wasserfurt ist fertig gestellt worden und der Radweg ist auch schon zur Hälfte fertig. Das ist jetzt im Tick die Baustelle und die dürfte auch bald erledigt sein. Das war dann auch mein Film über die Waterfurt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.